Go Ninja! Go Ninja! Go! Go Ninja! Go Ninja! Go! 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 Konnichiwa Indusians da draußen! Heute wieder zu einer Folge Borderlands 3 zusammen mit Fresh Fries. Hallo! So. Letztes Mal hat man nicht viel geschafft, außer nur gekämpft, gekämpft, gekümpft. Ich fühle mich grad ein bisschen an GoldenEye erinnert. Wieso das? Weil man da auch in so einem Schacht rumkraxen musste teilweise. Bei Facility, bei der Map. Aha. Das hat mir jetzt nicht viel aber er wird schon recht haben. Hier ist zumindest wieder ein Speicherpunkt. Vielleicht ein bisschen Moen, ja. Entschuldigung. Gesundheit. Bereich entdeckt Wartungskorridor. Erstmal hier Loot sammeln. Ja, dann dute mal. War das mein Hund, oder? Ja, das war dein Hund. Ja, sabbat uns alle voll hier. Oh! Entsetzt. Ah, dahin. Na. Zum Glück springt man hier ein Stück weiter. Ja, Gravity is low. Da wäre mal so ein Munitionsshop oder so. Ja, Munition sammeln wir ja doch gut ein, würde ich sagen. Wo sind wir hier raus? Anscheinend. Na dann. Ach, da ist eine Leiter. Da vorne warten Freunde auf uns. Hier ist wieder ein Speicherpunkt. Links ist eine Kiste sehe ich. Und jetzt hat glaube ich schon einer gesehen. Der feiert schon. Ja, der trifft mich zweimal. Mein Schild ist weg. Fällt welches? Ey, ich brenne. Kann ich jetzt das Brennen aufhören? Verfluchte Scheiße. Finde ich jetzt nicht lustig. Ich kann sie nicht lustig machen. Ich bin jetzt nicht lustig. Und dann ist es ja so etwas zu tun. Ich meine Schild. Ist ja über das Problem oder wie ich das Beste sehe. Oh nein! Ich bin jetzt nicht lustig. Ich bin ich mit dem Motiv an. Der wird der Kiste gegrägt. Ich bin hier zu Hause durch. Ich bin jetzt. Ja, ab und an, wenn man Glückstreffer landet. Ich glaube, die Waffe kann man es nicht. Alter. Ich brauch nur Mund dafür. Alter. Huch, was war denn das jetzt? Ein bisschen ruhigere Hand vielleicht. Waaah. Da oben sind noch welche. Na, ich mach mal die Küste kurz auf. Eigentlich nur Sniper, Moon. Da ist noch einer. Na, generell gegen Sniper sind die recht anfällig. Ja, was macht ihr unfähig ab da? Tötet den Kammerjäger! Du musst schon was anbieten, was meine Familie will, Katagawa. Tötet den Kammerdieb und ihr verdient euch einen Platz neben mir, wenn wir die große Kammer... Wo bist du beschossen? Oh, da. Also ich gar nicht, aber von da unten. Ach, Märzü, weil der begeht Selbstmord. Läuft bei ihm. Oh, der ist nicht so anfällig dagegen. Ja, kommt immer auf den Gegnertyp an. Keinmal, ja. Wie der auch gepanzert ist und so wahrscheinlich. Meine Deckung ist weg. Oh, oh. Ich lieg am Boden. Wo bist denn du schon wieder? Vor dir! Ja, ich seh's, aber was soll ich machen? Wow. Oh, ich hab keine Mohnen. Ich hol dich immer im größten Getümmel zurück und du so, ja, was soll ich tun? Du musst ja auch gucken, dass das Sinn macht. Ach so. Oh, schon wieder Mohnen. Ich geh gleich erst mal mehr Mohnen. Was wär er hier unten überhaupt? Come on. Ja, geil. Bin doch schon wieder da. Hä? Wo hab ich jetzt einen Gegner gesehen? Hä? Keine Ahnung. Was? So, immer ein bisschen in Bewegung bleiben, dann wird das schon. Womit die aber hier rüber ballern, das ist ja nicht mehr normal. Mit dem Raketenwerfer halt. Der ist halt... Warum spawnt einer vor mir? Der ist halt Level 16 da drüben. Ja, der ist da, nice. Wo bist du schon wieder hingekommen? Ich bin hier unten hingekommen. Ja, genau. Ich bin verbrannt. Oh, Mist. Ich hab für nix mehr Mohnen. Ich lieg am Boden. Irgendwann konnte ich noch holen. Oh, bist denn du da oben? Ja, ich bin schon down. Weil du halt schon wieder so weit vorne warst auf einmal. Nee, ich war ja unten noch. Ich war doch da an der anderen Seite. Du bist doch von der Brücke, bist du runter. Ja, nach rechts aber. Eigentlich ist es nicht weiter vor. Sondern nur halt woanders positioniert. Achso. Da steht er. Da kommt ein dickes Vieh hoch. Oh, fuck. Ich hab all meine F's drauf, kümmer. Der eine dicke ist gleich auf der Ahn. Oh, ja. Ach, du liegst auch schon wieder im Boden. Ich hab keine Mohnen mehr. Lass mich sterben, ich hab keine Mohnen. Macht keinen Sinn so. Ich zieh mich mal ein Stück zurück. Level 14. Danke und ich bin wieder voll mit Leben. Na, das ist geil. Als du kurz vorm Abnippeln bist und dann kriegst du ein Level ab. Ja. Du, lauf nicht weg, Junge. Zu spät. Alter, was für eine Kacke hier. Hier sind Lebensdingens. Kartuschen. Hast schon alle getötet? Ja, alle down hier. So. Ich kann ja schon wieder einen Skillpunkt verteilen. Ja, hab ich auch gerade gemacht. Kaufen wir mal das Ding. Hier oben was drin? Ich werd mich je wieder gnadenlos verskillen. Ja, ich weiß auch gar nicht, was man skillen muss bisher. Ja. Aber man kann es da zurücksetzen wohl. Ach so. Da braucht man diesen einen Terminal für, wo man auch die Kleidung ändern konnte und so. Ach den. Ja. Okay, und weiter das? Ja, warte. Hier ist noch einiges. Einiges. Wo bleibt der Übernahmevertrag? Mal sehen. Worauf soll ich jetzt schießen? Wie wäre es mit deinem Lieblingsfreizeitpark? Nein. Nicht Lazy Riverland. Alles. Nur nicht. Das Lazy Riverland. Hey. Oh oh. Alter. Ich hab's nicht gesehen. Du bist gar nicht mitgekommen. Ich dachte, weil du runtergesprungen bist. Ich bin rübergesprungen, nicht runter. Hier, das Ding hat gerade getroffen. Ach so. Was macht der da? Keine Ordnung. So, wann kriegen wir die nächsten Gegner? Hier bestimmt. Ich bin mittlerweile schon wieder heiß drauf. Apropos heiß drauf. Hier ist ein kleines Femmelein. Müssen wir hier unten lang oder da oben? Äh, nicht Richtung Turbine. Meinst du? Ja, ist vielleicht ein bisschen heiß. Willst du da hochklettern? Ich wäre hier unten jetzt lang gesprungen. Ach, okay. Ich dachte, so kann ich weiterspringen. Ich weiß nicht, was das hier ist. Und versuchen. Und wahrscheinlich müssen wir doch irgendwie da rüber gleich. Da sind zumindest Kisten und so. Und ein Konzern, ein Rettungsteam schicken und man den armen Kerl nicht einfach dort kribieren lässt. Warte, es steht doch, wo wir hin müssen sogar. Naja. Na, wo ist denn das? Ja, wir müssen da rüber, so wie es aussieht. Vor allem kommt der über Funk, der Junge. Alter. Ja, wir kommen hier auch hin. Äh, ich schätze, im richtigen Moment müssen wir hier durch. Ich verbrenne gleich. Hundertbruch. Ja, ist gepasst. Erstmal Loot, ne? Meine Angestellten und ich haben uns dort immer entspannt. Und jetzt bin ich verspannt. Und ich hab keine Brötchen mehr. Oh, keine Brötchen. Fuck. Da, da ist alles scheiße. Da hört der Spaß aber auf. Ja, wenn man keine Brötchen, dann ist es vorbei. Ne. Wo müssen wir jetzt wieder hin? Na, irgendwie hinter uns. Hier so hin. Das Ding ausschalten sollen wir, glaube ich. Ja, genau. Ach, hier oben. Wie kommen wir denn da hoch? Oh, ich hab einen Weg gefunden. Er hüpfte einfach lang. Wie ein junges Reh. Natürlich. Ja, ich glaub's dir, Junge. Keine Kisten. Nix, nix. Oh, jetzt kommt wieder der Gegner. Der hintereingang der Einrichtung liegt gleich voraus. Ah ja, immer der hintereingang. Hier, der Eingang. Ja. Ah, die sind gut mit dem Sturmgewehr klein zu kriegen, die Jungs. Ja. Mit der Sniper aber auch. Ja, die sind echt nicht so gut gepanzert. Die haben generell keine Panzerung. Ja, oder wenig zumindest. Ähm, ich geh schon mal rein. Ja, ich bin direkt hinter der Köln. Dieser Schacht ist unser Eingang. Du musst nur den Hebel zum Entriegeln finden. Ja, easy, ne? Nicht so schnell, Kammerdieb. Meine Familie hat dich zum Fressen gern. Oh Mist, Vorsicht! Eine Zurück war. Ja, ich bin nur hier hochgegangen. Higher Ground und so. Andere Posi. So können sie uns so schlecht umringen, beide. Ey, da kommt immer mehr raus, ne? Ja, ja. Ja, aber die... Die sind handzahm, würde ich mal sagen. Krächer auf jeden Fall, ja. Weil die halt... ...wenig bis gar keine Panzerung haben. Er bewegt dich doch nicht so viel Scheiß hier. Ja, denke mir auch. Das ist nur einer. Da ist dein Hund in Ruhe. Nein, wo läufst du denn hin? Hinter ne Deckung, die dir eh nix bringt. Ja, wo kommst du auf einmal her? Du bist meine MP. Auf dem Radar, wir sind heute noch einer. Oh, hier. Oh, oh. Nein, jetzt fall ich runter. Could you please not, thanks? Was? Wo war hier noch einer? Warum treffe ich den nicht? Soll ich dich retten? Ich stehe direkt neben dem. Jetzt macht er auch damage. Achso, jetzt hätte ich Handel gehabt. Nehmen wir uns wieder einer. Ja. Alter, auf einmal tauchen die auf, ne? Da wieder einer von oben? Ey, stimmt. Ah, lass mir den halt. Achso, du bist da. Warte, ich schieße mit dauernd, aber nicht ganz. Ey, der springt ja immer höher. Hol mich halt einfach. Das war knapp. Easy game. Mann. Dann musst du nachladen in dem Moment, ne? Ja. Wo sind denn hier noch welche? Wir müssen halt den Schalter noch öffnen. Öffnen den Schacht. Direkt neben uns auf einmal wieder. Alter, das Vieh ist ja fast putzig da hinten. Alter, und von überall, ne? Ich sehe grad gar nicht vom Wohnen. Alter! Ich verbrenne. Oh, fuck. Alter! Ich krieg auch richtig Schaden. Alter! Ja, ja, ich weiß, wo's ja. Willst du das, Kammerdien? Du wirst mich ja weiter erinnern! Alter! Ich bin nicht zuerst! Ach, das Ding ist oben. Wir müssen nach oben. Ja, ja. Okay, schau mal. Ja, ich kämpfe hier unten. Weil sonst kommen immer mehr Gegner, glaube ich, einfach bis zur Unendlichkeit. Alter, das könnte sein. Alter, vor allem, die werden immer stärker. Wir müssen in den Schachtel springen. Ach, du bist down. Nee, ich bin nicht down. Ich bin nicht down. Hä? Ach, mein Hund ist down. Reinspringen oder nicht? Äh, warte, ich komm. Wo ist denn der jetzt? Kann man von da unten reinspringen? Ja. Ach, wie komm ich denn jetzt hier runter? Ich spring halt einfach mal runter. Ja, ging nicht. Und er war im Fenster im Weg. Also. Fein! Chironimo! Alter, ich bin von oben sogar reingesprungen, direkt. Hi. Hi. Alter, willst du mich ver... Sind wir uns geschossen? Ja. Ich bin gerade wenig, gell? Oh nein. Ich meine ja. Aufpassen! Alter, vor allem, ohne Deckung, ohne alle. Wollen müssen wir denn? Die Dinger sind Level 17. Ich werde bekloppt. Hier ist es in Klass. Oh, das kann man nicht öffnen. Oh. Jetzt ist es aber gut hier. So, raus damit. Da sind alle da. Oh, hier unten ist aber noch eine Kiste. Hier oben auch. Ey, ich werde schon wieder angeschossen. Oh, ich auch. Komm, wo? Ah, da ist noch einer. Es ist gut aber, Jungs. Das sehen die scheinbar nicht so. Oh, fuck. Ja, mein Shit, komplett zerfickt. Oh, meins ist wieder regeneriert. Kann gut sein. Wo ist denn der? Hier fliegt er irgendwo rum. Ich habe gerade gesehen. Von hier nicht hin. Der ist sogar Level 18. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen, ne? Umfassbar. Okay, dann hoch hier und hier noch den Loot mitnehmen. Ja, aber bevor du irgendwas aktivierst oder irgendwo durchgehst, musst du mal wieder kurz warten. Sind wir da, wo wir hingehen? Ja, ja, klar, wo ich nehme mir das restliche, was übrig bleibt. So, okay, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt uns was in die Kommentare. Hier sind noch ein paar Videos für euch. Schaut auch beim guten Fresh vorbei. Wir sagen tschau und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.